Das Automationsmodul VarioCellUno ist eine Erfolgsstory seit vielen Jahren. Thomas Marquardt, er leitet die Abteilung Automation, stellt Ihnen das neueste Modell vor. Das Multitalent VarioCellUno ist eine kompakte Automationseinheit, bestehend aus Handlingsroboter und Werkstücksspeicher, für das Hauptzeitparallelle B- und Entladen von Werkstücken. Neu ist eine Variante für die Chiron-Baureihe 16. die wir mit der Erfahrung aus bereits über 350 installierten Zellen bei den Baureihen 08, 12 und 15 weiterentwickelt haben. Das Werkstückhandling übernimmt hier ein Sechsachsroboter. Viele standardisierte Optionen unterstützen uns dabei, projektspezifische Anforderungen auszulegen und umzusetzen. Die wichtigsten Kundennutzen, hoher Nutzungsgrad für mehr Produktivität, durch Hauptzeitparallellen Austausch von Roh- und Fertigteilpaletten, Bearbeitungszentrum und Automation aus einer Hand, Speichermedium, je nach Anforderung, etwa Schubladenspeicher, Palettierer oder Werkstückträgerband, kompakte Einheit, auch nachrüstbar und ebenfalls für Stama MC531 einsetzbar. Sehr gut zugänglicher Arbeitsraum und ein geschränkter Zugang zur Maschine für Wartungs- und Rüstarbeiten. Dies war's von meiner Seite zur VarioCell Uno. Wie funktioniert der Be- und Entladevorgang mit der VarioCell Uno? Unser Beispielvideo gibt Ihnen einen Einblick.